Wie kommen Menschen überhaupt zu ihrer Meinung? Und wenn man sich ansieht, wo die gutmeinenden Menschen, Idealisten und Idealistinnen, wie sie sich vermitteln, wie sie kommunizieren, dann muss man schon feststellen, dass die meisten sich in einer Blase befinden. Sie sprechen voneinander, zueinander. Ich möchte nicht prüfen, wer von den Menschen, die zu denen gehören, die mit dem Geld ein größeres Problem haben, als ein theoretisches Heute irgendetwas verstanden hätte. Und wer von den Medien aus irgendwie sich dafür interessiert, es werden den Menschen sich über die Medien dafür interessiert, was ihm oder ihr nützen würde. Es ist so komplex geworden und uns Intellektuellen gelingt es offensichtlich nicht, die Menschen so zu erreichen, dass man ihnen vermitteln kann, was der nächste Ausblick ist. Und es ist heute schon gesagt worden, sie wählen auch nicht, weil sie verraten worden sind. Information, Manipulation und wenig Toleranz gegenüber den Lebensrealitäten der meisten Menschen zeichnet die Intellektuellen und die Diskussion und uns alle damit auch zu einem Teil aus. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der mir dazu noch im Kopf gegangen ist heute, ist die Hoffnung auf eine kooperative Wirtschaftsform, die sich in vielen einzelnen Aspekten abzuzeichnen scheint. Ich teile diese Hoffnung nicht. Ich finde die Experimente wichtig. Ich denke aber schon, dass der reale Sozialismus daran gescheitert ist, dass er auch zu wenig Konkurrenz zugelassen hat. Ich glaube, vielmehr die Machtfrage müsste dort gestellt werden, wie man diese Bestrebungen begrenzt. Also sprich, die Politik braucht wieder das Klimat, um Rahmenbedingungen festzustellen. Und es ist, wie heute auch schon gesagt wurde, wäre es relativ einfach zu beschließen, wann gehandelt werden darf, wie oft gehandelt werden darf, wie viel Erbschaftssteuer bezahlt werden muss. Diese Dinge muss die Politik wieder in die Hand bekommen. Und der letzte Punkt zum letzten Referat ist die Frage der Geschlechterverhältnisse. Da denke ich dann am Ende der feministischen Betrachtungen oft, warum brauchen wir dann noch den Feminismus? Denn es kehrt sich die Machtfrage gerade heute komplett um. Es kann der Arbeiterpraktikant gewesen sein und die Frau Lagarde gewesen sein, die dieses Machtverhältnis darstellen. Es ist der Gender Pay Gap nicht so darzustellen, wie er sich oft darstellt. Und dann muss man auch noch sagen, vielleicht das letzte Punkt, dass die Frage der Gier und des Interesses nach dem Geld der Männer sehr stark auch mit dem Heiratsverhalten der Frauen zu tun hat. Und wo nehmen Sie die Zeit her? Vielleicht da wird das noch auch die Teilnehmerinnen. Arbeiten dann weniger. Es gab einmal die Rückfrage, wer soll dann noch arbeiten, wenn wir den ganzen Tag in der Kondente sitzen. Ich gehe gleich ganz ernst darauf hin. Ich möchte aber doch noch hier zur Analyse in den USA. Da habe ich eine sehr, sehr differente Sichtweise. Meine Antwort ist, dass die unterschiedlichen Systeme, sei es das Gesundheitssystem, das Geldsystem, das Wirtschaftssystem oder sonst ein System, die stehen gar nicht zur Wahl, meiner Meinung nach. Sondern es stehen nur Parteien zur Wahl, wo man All-in-One wählen kann. Und so wird jede rationale Entscheidung für ein Gesundheitssystem, für eine Geldreform, für eine Friedenspolitik, für eine Umweltpolitik, zu einer emotionalen All-in-One-Entscheidung. Und da entscheidet man sich im Zweifelsfall, bevor sich alles ändert, entscheide ich mich halt dann doch für die Konservativen. Und das war der Grund, warum die Angela Merkel gewählt wurde. Nicht, weil sie in allen Politik für den Beste ist als für andere, sondern weil sie nur ein Kreuz waren, das ist das Absurde. Dann macht man eine emotionale Entscheidung. Und da steht halt die große Mutti für das Urmutterprinzip. Und das war es dann. Wenn man die Inhalte abfragt, das wurde ja gemacht mit dem Wahlumann, die Inhalte, absoluter Sieger der Wahl war der Rolf Nader. Und da wurden nur die Inhalte und nicht dazu gesagt, von wem wir sind. Rolf Nader hat mit absolut gewonnen. In Deutschland das Gleiche, in Deutschland haben die Linken gewonnen. Wo nicht dazu gesagt wurde, dass diese Forderungen von der Linken sind. Aber natürlich das emotionale, atmosphärische, wenn man sagt, wollen wir jetzt die Linken generieren, dann bricht der große Schreck aus. Und in Österreich haben wir, glaube ich, sehr geringe, sehr dünne empirische Evidenz. Wir haben zwei Volksabstimmungen in der Zweiten Republik und ein einziges Mal war die Bevölkerung anderer Meinung als ihre Vertretung. Und das hat sich auch geheißen, auf gar keinen Fall darf die gemeine Bevölkerung entscheiden, ob wir das Kernkraftwerk in Betrieb nehmen. Und das müssen die Atomphysiker entscheiden. Und die Regierung war natürlich dafür und die Bevölkerung war dagegen. Das ist eine sehr dünne Beweislage, aber immerhin ist das einiges, dass die Bevölkerung weiser ist. Mein Lieblingsbeispiel ist Italien. Der Berlusconi kann sich Kraft seiner Milliarden, nicht Kraft seiner Weisheit und der Fernsehsender, die damit Kraftdruck besitzt, in die Regierung wählen mit einer relativen Wehrheit. Glücklicherweise nicht mehr in einer absoluten. Aber die konkrete Politik, die er dann macht, da gibt es in Italien immerhin eines der acht souveränen Grundrechte, nämlich das des abrogativen Referendums. Und das abrogativen Referendum gewährt, dem italienischen Souverän wenigstens eine Gesetzesinitiative des Parlaments zu stoppen. Und konkret hatte Berlusconi an der Regierung vor, die Trinkwasserversorgung zu privatisieren, die Atomkraft auch in Tagen einzuführen und sich selbst lebenslang natürlich zu immunisieren. Und die Drinnerinnen haben eine Million Unterschriften gesammelt, damit überhaupt dieses Referendum zustande kam. Und in allen drei Gesetzesinitiativen, die das Parlament schon ausgearbeitet hatte, stimmten 90 Prozent der Menschen gegen die Inhalte von Berlusconi. Hier standen die Systeme unter Anführungsstrichen zu wagen. Das gibt mir, ich hätte jetzt viele weitere Beispiele, ich darf es nur dringen, das gibt mir das Vertrauen, dass die Bevölkerung zwar auch nicht absolut weise ist, aber einfach ein bisschen weniger unweise als in der Vertretung, in den grundsätzlichen Fragen. Und in den Kommunalen Geldkonventionen derzeit ist vorgesehen, dass wir verschiedene Prototypen ausprobieren und schauen, welcher Prototyp am besten funktioniert, nach dem Prinzip des Private Error. Und konkret sind derzeit einmal drei Prototypen auf dem Tisch. Der erste Prototyp ist eine Zufallsauswahl, natürlich aus allen Schichten der Bevölkerung, die aber überschaubar und manövrierbar ist, macht die Vorschläge abstimmend und selbstverständlich alle. Das hat in den Bundesabend, in den sogenannten Bürgerinnenparlamenten, sehr gut funktioniert. Das Prinzip, wer kommt, wer Zeit hat, ist dabei und wer nicht, nicht, ist wahrscheinlich mit großem Abstand das Schlechteste, das von vornherein ausgeschieden ist. Auch noch eine Möglichkeit wäre, dass einfach alle größeren Sektoren der Bevölkerung ihre ein bis zwei Vertretungspersonen entsenden, sodass das in Summe zwischen 20 und 50 Personen sind und ist vielleicht auch nicht das Beste, aber irgendeine Form werden wir schon finden. Und die Befürchtung, dass wir dann den Lieben langen, also für mich ist die Frage, und wer soll dann arbeiten, wenn wir ein bisschen mehr Demokratie haben als heute, ist für mich gleichgültig wie die Frage, und wer soll dann arbeiten, wenn alle vor dem Fernseher sitzen und wenn alle im Flugzeug sitzen. Die ist absurd, die Frage, warum, weil was vorgeschlagen ist, dass wir einmal in unserem Leben an so einem Konvenzprotest teilnehmen, der dauert wie gesagt ein Jahr und der besteht aus sechs Treffen. Zweitens, dass wir vielleicht zweimal pro Jahr an einer Volksentschreibung teilnehmen, so maximal drei Fragestellungen. Und drittens, dass wir einmal in unserem Leben im Aufsichtsrat einer regionalen Genossenschaftsbank oder der städtischen Wasserversorgung oder in einem Aufsichtsgremium der Demokratischen Zentralbank sitzen, für vier Jahre begrenzt. Ich denke, das wäre zu normal. Wir, Entschuldigung, muss ich noch das sagen, weil wir sind, jeder von uns, jeder in der Zwischenzeit, jeder hat eine bestimmte Interessensgruppe. Das heißt, ich bin nicht genau um die Frage, gegen wer in der Lage sein soll, in der Lage sein soll, oder setzen, also soll man solche Entscheidungsprozesse sein? Also fangen wir gleich mit dem dritten an, die, die gewählt werden. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein öffentliches Unternehmen aus den USA, aus Kalifornien. Der Energieversorger wurde 1946, im gleichen Jahr, als die bayerische Fassung der Volksabschreibung angenommen wurde, wurde verstaatlicht in Kalifornien. Warum? Weil General Electric so katastrophal gewirtschaftet hatte, wie in Wien zur Zeit von Karl-Rueger die Straßenbahn- und Energieversorger. Verstaatlicht mit dem Zusatz, sowohl die Vorstände als auch die Aufsichtsräte des Unternehmens werden direkt demokratisch gewählt, damit nicht der Arnold Schwarzenegger seine besten Freunde in den Aufsichtsraum reingeschickt. Und seit 1946 funktioniert das brillant. Das heißt, die Bevölkerung ist extrem zufrieden. Das sind die größten Unternehmen. Und es gibt, die Vorstandssitzungen sind öffentlich. Man kann Eingaben machen. Der Gemeinwohlkatalog ist 13 Seiten lang. Und einmal hat der Beauftragte Vorstand gesagt, diese Entscheidung, die können nicht verantworten. Sie haben es erraten. Es war die Entscheidung, macht Sellerfind, ob das betriebseigene Atomkraftwerk, das bereits amortisiert war, ob das weitergeführt werden soll. Mit der Gefahr, dass halt doch ein Unfall passiert, dem kann man es nicht verantworten. Aber wenn man es still legt, dann steigen die Strompreise. Und diese Entscheidung haben sie dann souverän zurückdelegiert. Oder souverän. Also es sind eineinhalb Millionen Menschen von San Diego, pardon, von Sacramento, die mit Strom versorgt werden. Und die haben klar entschieden, wir legen dieses Kernkraftwerk still und nehmen dafür höhere Energiepreise in Kauf. Und deshalb hat es heute einen Anteil erneuerbare Energieträger doppelt so hoch wie das Kalifornische Gesetz erfordert und eine doppelt so hohe Energieeffizienz wie das Kalifornische Gesetz erfordert. Okay. Ich springe zum zweiten Teil des Eingangs-Statums von Frau Marelli, jetzt muss ich Sie angesprochen werden, Frau Afrin. Dass die Themen nicht alle IDEA hier durchbefolgen können, kann sich ja im Laufe des Tages eh schon so sein. Ich hatte jetzt gerade meine Beobachtung, wenn wir Christian sitzen und zuhören, ich höre ja öfter mit diesem Beispiel, auch mit den Klärgängen, die wir seitens der KSÖ anbieten und wo es der Verein eingeladen ist. Und der Effekt zur Gesichter, die es mir jetzt vorgekommen ist, wie Sie ihm zugehört haben, könnten wir das tatsächlich, könnten wir tatsächlich in dieser Art und Weise weise Bürgerinnen und Bürger sein und zu solchen Entscheidungen kommen. Das ist ein wiederholungs-Effekt, den man immer wieder auslöst. Finde ich interessant. Warum brauchen wir den Feminismus noch? Den Feminismus brauchen wir, damit die ganz essentiellen und eigentlich die ganz einfachsten, aber dringlichsten Fragen gestellt werden, die sonst nicht gestellt werden. Reine Beobachtung ist, aber nicht nur meine, sondern die von vielen feministischen Wissenschaftlerinnen, quer über alle Disziplinen, dass das patriarkale Wissenschaftssystem, die herkömmliche Ökonomie, was auch immer Sie jetzt einsetzen wollen, ob es sich nicht in der Lage ist, die entscheidenden Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was ist der Unterschied in der, warum gibt es so eine geschlechtsspezifische Gesellschaft von Männern und Frauen? Oder die Frage zu stellen, warum wird die unbezahlte Arbeit als das Fundament, das eigentlich garantiert, dass es das Wirtschaftssystem, so wie wir es lehren und vermitteln und praktizieren überhaupt möglich ist, warum wird das Fundament umbezahlte Arbeit ausgeblendet. Also ich glaube einfach dafür, dass solche Fragen gestellt werden und dem dann auch entsprechend natürlich mit einer Theoriebildung und einer Fortsetzung in der Lehre, in der Praxis nachgegangen wird. Und Verstenker zum Heiratsverhalten von Frauen, naja, ich glaube, es muss auch Frauen erlaubt sein, von den Verhältnissen gezeichnet zu sein, in denen sie leben. Das, glaube ich, müssen wir uns alle irgendwie zugestehen. Es gibt ja auch sehr spannende Untersuchungen dazu, wie je nach kapitalistischen Paradigma die Menschen gezeichnet sind von den Verhältnissen, in denen sie leben. Wenn es ein flexibler Kapitalismus ist, Finanzmarktbetriebens, so wie wir das jetzt haben, dann regieren wir sozusagen uns auch selbst in so eine Richtung, dass wir flexible Subjekte werden, die uns an diese Bedingungen des Arbeitsmarktes etc. anpassen. Und so ist es, glaube ich, über Generationen natürlich auch, dass Frauen und Männer, und gerade auch, wenn sie aufeinander bezogen sind, im Grunde von Heiratsverhalten und Familiengründungen natürlich von den Verhältnissen gezeichnet sind und Frauen zu Hause, und das zeigt sozusagen auch ihre Fähigkeiten zu ökonomischer, herkömmlicher, ökonomischer Nationalität, natürlich sowohl in der Lage sind, auch zu ihrem Vorteil zu entscheiden, sofern sie überhaupt, sie sich ja in der Lage sind, dann wirklich frei wählen zu können. Aber genau der Punkt des Heiratsverhaltens ist eine der, diese Theorie von Frauen sind das Geld und Frauen haben nicht das Geld, eigentlich sehr gut stützt, weil über, weiß ich nicht wie viele Jahrhunderte, war das Heiratsverhalten ja eines, wo darauf geschaut worden ist, dass mehr Geld zusammenkommt, Geld zusammengehalten wird, und das ist eben durch das Heiratsverhalten sehr gut. Und den Widerstand, Sie wollen, ich glaube, was zum Widerstand sagen werden. Ja, also du sprichst so gern vom Souverän, das Souverän ist kein Subjekt, als Subjekt existiert das Volk nicht, Subjekte sind aber Intellektuelle, zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau oder alle möglichen, die im Namen des Volkes sozusagen Theorien entwickeln, wie in grundsätzlichen Gesellschaft zu verbessern sind. Und dieses Verhältnis einer bestimmten Art von Aufkehren setzt sich in einen sehr starken Gegensatz zu dem Prozesshaften der Selbstemanzipation, etwa am Beispiel der Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts war eben nicht eine, wie soll ich sagen, ein Ereignis, wo irgendein gescheiter Karl Marx, der auch immer, gesagt hat, so, ich habe für euch jetzt das Konzept ausgedacht und jetzt quasi machen wir ein Konvent oder ich stelle euch da ein paar Fragen und dann werden wir die Welt verbessern. Sondern über Jahrzehnte wurde in einem mühsamen Prozess eben der Selbstemanzipation der Arbeiterbildungsvereine, der Krankenkassen, die Betriebe, etc. sozusagen erreicht, dass quasi die Opfer sich aus dieser Rolle versucht haben, aktiv herauszuemanzipieren. Und das ist schon ein anderer Prozess. Warum sage ich das? Weil wir jetzt schon 50 Jahre Gegenaufklärung hinter uns haben. Gegenaufklärung heißt, während beim Kahn eben Aufklärung ist der Ausgängung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmöglichkeit. Hat es die Ideologie des Neoliberalismus tatsächlich verstanden, statt Gott, Kaiser und Vaterland ein neues, höheres Wesen in den Köpfen zu verpflanzen. Der Markt. Wenn Sie auf die Sprache schauen, so wie der Souverän nicht existiert, tut mir leid, als Subjekt existiert natürlich auch der Markt nicht als Subjekt. Er ist aber zur aktivigen Sprache geworden. Das heißt, jeder Journalist sagt, die Märkte sagen, die Märkte machen, die Politik muss sich an die Märkte anpassen. Das heißt, ein unglaublicher Prozess der Gegenaufklärung und der Entmüdigung hat stattgefunden. Und in dieser Situation, also das muss man bedenken, was hier passiert ist. Man sieht es am Identitätsverlust, der Sozialdemokratie, der christlichen Parteien. Es ist sozusagen, es fehlt ein Haltbegriffen. Und da bin ich vielleicht nicht, oder sicherlich, nicht so optimistisch wie du, dass man in dieser Situation nach 50 Jahren Entmündigungsprozess, jetzt sozusagen, tut mir leid, plebiszitär via Abstimmung, das Volk entscheiden lassen kann. Ich kann, also ich warte mit der Vorseher, weil wir in einer Situation uns befinden, wo es bestimmte Massenmedien gibt, wo es, ja ich will das ja nicht mehr ausführen, mein Anspruch ist viel bescheidener, ich würde auf das ein bisschen noch zurückkommen, was sowohl Appel wie auch Jedeweck für mich gesagt haben, wo kann man die Menschen erreichen, ich denke, in ihrem Ausgeliefertsein, in dieser Situation, in ihren konkreten Problemen, insofern sind wir zum Teil zurückgeworfen aus der Problematik des Proletariats in den 19. Jahrhunderten, wenn es nicht gelingt, durch anteilnehmendes Denken, und anteilnehmendes Denken ist eine bestimmte Art des Denkens, das können auch ganz große Haken, wie der Roosevelt hatte zum Beispiel, anteilnehmendes Denken, das ist ein Denken, wo die Menschen nicht, sozusagen, den großen Plan bekommen, sondern wo die Menschen das Gefühl haben, ich komme vor, ich werde verstanden. Herr Roosevelt hat keinen Weltverbesserungsplan gehabt, das liebe ich ihn ja so, sondern er hat gesagt, kenne ich auch nicht aus, aber wir müssen das anders machen, anders machen heißt, aber vorsichtig, im Nebel muss man auf Sicht fahren, sagt der Herr Scheuble, der schweige mich hinaus und schreibe zu, macht man sozusagen Vorschläge, aber immer das Leiden der Menschen im Konkreten im Auge haben. Ja, also, eine gewisse Präferenz, bitte. Ja, ganz kurz, also, am Begriff Souverän soll es wirklich nicht scheitern, da sind es die Wählerinnen, Stefan, aber wer hat es denn entschieden, dass Seindorf nicht in Betrieb genommen wird, aber wer wählt denn die Partei, wie würdest du es denn nennen, statt Souverän, wenn du es die Wählerinnen nennen würdest, dann nennen wir es die Wählerinnen, das ist Syllomien, nichts anderes meine ich damit. Es sind verschiedene, verstehst du, der Begriff Souverän unterscheidet, es gibt ein Volk und dann ist man so schnell mit seiner Hand, im Nachhinein des Volkes was zu machen. Das ist dein Verständnis davon und ich habe ein anderes davon. Also, bevor es hier nur ein Missverständnis gibt, sage ich die Wählerinnen, das sind lauter eigenständige Individuen und Definitionen können voneinander abweichen. Und es gibt ein einziger Hinweis, es gibt weniger Hinweise, weil dann jetzt keine Glaubensfrage wird. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung entscheiden wird, ich glaube es doch, dass die Bevölkerung entscheiden wird. Es gibt ein Präzedenzfall und das ist Island. In Island hat die Bevölkerung vor wenigen Jahren aus der Summe aller freien Kandidatinnen ein Verfassungskonvent gewählt, 25 Frauen und Männer. Und das, was die als zukünftige Verfassung für Island verschriftlicht haben, ist um Hauseckend besser und nicht nur weniger schlecht als die existierende Verfassung. Das heißt, bevor es eine Glaubensfrage ist, schaue ich empirisch, was gibt es und es ist ein ganz klares und überzeugendes Ergebnis und wer verhindert, dass sie Kraft dreht in dieser Verfassung, die Vertretung des Souveräns. Frau Barriere, andere nehmen das Denken als eine Möglichkeit, den mächtigen Zugang zu denen zu geben, wie stimmt sie da zu sein? Der Begriff liegt mir jetzt als Psychotherapeutin natürlich schon einmal sehr nahe und das Bild ist auch eines, das ich oft in meinen Vorträgen verwende. Wir befinden uns dort wie am Beginn der Arbeiterbewegung und da mussten die Menschen nach 14 Stunden Arbeit in der Fabrik, in einer Manufaktur, in einem Bergwerk, sich nachher treffen, um miteinander zu besprechen, was sie denn besser machen wollen. Dann mussten sie darum kämpfen und der Einsatz ihres Lebens und wir glauben, mit einem bisschen plaudernden Kaffeehaus werden wir ein so mächtiges System wie den Neoliberalismus bewältigen. Also wenn wir etwas tun wollen, dann werden wir mit den Menschen mehr reden müssen, gerade die Intellektuellen, glaube ich, und zwar anteilnehmend, nicht bevormundend oder vorgebend und dann, glaube ich, schon, wenn wir diese Manipulation durch die Massenmedien und die 50-jährige Hirnwäsche langsam durchbrechen, dass wir dann zu einem vernünftigen, besseren Abstimmungsverhalten kommen können. Aber ich glaube, das ist ein System, das sehr stark ineinander verschränkt wird, weil sonst werden die Maristen sich nicht einfach in Brüssel anstellen, sondern in Hintertupfing, bei denen, die gewählt wurden, um den nächsten Konvent zu gestalten und die Fragen dort einspeisen. Eine Frage von mir doch an Margit Appel, die übrig geblieben ist aus ihrem Vortrag, wenn es um Widerstand als Ausblick geht und Sie darüber aber nicht sprechen wollen, weil Sie schlechte Erfahrungen in der Hand haben, wollen Sie es uns vielleicht einfach noch mal ausprobieren, wie gute Erfahrungen in der Hand sind. Ja, also ich erzähle gleich, warum meine letzte schlechte Erfahrung damit oder relativ schlechte Erfahrungen damit, möchte aber sagen, dass Widerstand an sich natürlich etwas ist, was auch unter dieser feministischen Perspektive, die ich hier heute ja vertrete, schon auch eine Erfolgsgeschichte ist. Wer mich leid, war die Frau in der Lage, ein Konzept des guten Lebens über lange Zeit miteinander zu entwickeln und in eine Mischung aus Widerstand und Einbringen in verschiedene Institutionen, da vieles auch doch zum Thema machen zu können und damit verdeutlichen zu können, auf wessen Kosten die Weltwirtschaft zu Ordnung geht und wie die Ausgetättheit, wie die eben die Ausgetättheit der Menschen ausschaut, wie Stefan Schulweiser das jetzt gerade angesprochen hat. Also zum Beispiel das Einbringen der ganzen Themen des guten Lebens in die Weltfrauenkonferenzen, die Tatsache, dass es so etwas wie Gender-Budgets-Konzepte dazu in vielen Ländern mittlerweile gibt, das sind alles kleine Anfänge, die auch mit erfolgreichem Widerstand zu tun haben, das möchte ich jetzt vorausschicken. In Österreich oder in Wien gab es vor ein paar Wochen eine Aktion von einer neuen Initiative, die sogenannten PAN Fiskal, kurz vor der Verabschiedung der Steuerreform. Und die Initiative ging von Feminist-Attack-Frauen aus, es waren von der Plattform 20.000 Frauen, Frauen dabei, vom Frauenring, um das jetzt auch deutlich zu machen, dass es ja dann viel zivilgesellschaftliche Bewegung gibt. Und es war angemeldet vor dem Bundeskanzleramt an dem Tag, wo also dieser Ministerrat war, um da sozusagen nochmal weiterzukommen. Saughalt, wir standen auf der Schattenseite, symbolischerweise des ganzen Platzes, und haben uns da also abgefroren. Einige waren von den Organisatorinnen gut vorbereitet als Superwoman angezogen, um so ein bisschen auch die mediale Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, und hatten die entsprechenden transparente, Steuerreform, die sich auch für die Frauen lohnen, etc., etc. Ja, und die erste Limousine, die durchgefahren ist, da gab es irgendwie keine Reaktion. Zweite Limousine war der Vizekanzler drinnen, der dann auch locker im Soko daher spaziert ist, und die Hand geschüttelt hat, und von seinem Trost, der mit ihm gekommen ist, dazu benötigt worden ist, sich für ein Foto auf unsere Seite zu stellen. Und Standort unter diesen ganzen Transparenten völlig gegen seine Politik gesprochen haben. Und da habe ich mir dann gedacht, irgendwas enthält jetzt völlig falsch. Es war dann aufgrund der medialen Kompetenz vom öffentlichen Zahler, davon hat möglich, es noch einmal zu wenden, und eine Wielunterschrift mitzugeben für die Medien, die die Frage dann doch an den Vizekanzler gegeben hat, warum er da jetzt eigentlich sich hinstellen konnte. Aber es war so eine blitzartige, gekonnte Vereinnahmung des Widerstandes, der uns da wichtig war. Und das war auch so, wenn wir uns da nicht mehr wissen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne mitgelegen, die wir auch eine Rolle in einer Runde und Fragen zu stellen. Gleich viel Dank. Vielen Dank. Schön, dass wir die Ausführungen zum Schluss kam der Begriff Macht und Souverän auf. Und ich möchte doch dazu folgenden Punkt anbringen. Ich denke an TTIP. Es gibt genug Befragungen, dass etwa 90 Prozent der Bevölkerung, zumindest in Österreich, dagegen sind. Und trotzdem wird überhaupt nicht eine hohe Erwägung gezogen, das Volk sozusagen dazu zu befragen. Österreich steht auch von der Regierung her in diesem Fall etwas in einer Außenseiterposition und wird medial natürlich entsprechend attackiert. Und ich glaube, es ist die schwedische Ministerin, die immer nach Österreich fahren muss, um unseren Kanzler zu überzeugen, dass er da etwas umdenken soll. Da sieht man deutlich, die EU-Politik hat überhaupt nichts mit unserem Souverän zu tun. Unser Souverän wird geradezu abgewürgt. Ein zweiter Beispiel ist Griechenland, wo man nur erwartet hat, dass die jetzige Regierung, die natürlich eine andere Regierung ist, als man sich gewünscht hat in der EU, dass die überhaupt über Politik nicht spricht, sondern sich nur über die Bedienungen unterhält. Aber Politiker sind dazu da, Politik zu machen. Das wird aber überhaupt nicht mehr gewünscht, sondern es geht nur darum, bestehende Systeme zu füttern. Und das zeigt auch deutlich, dass es da überhaupt nicht um den Souverän geht. Und das dritte, was ich befürchte, was kommen könnte, und ich glaube, dazu werden Geheimgespräche geführt demnächst, ist einfach die Sache der Wasserprivatisierung in der Welt. Da müssen wir sehr aufpassen, denn demnächst müssen wir auch noch fürs Atmen bezahlen. Es geht eigentlich nicht mehr um die Geldvermehrung, es geht wirklich nur noch darum, uns sozusagen die Macht zu nehmen und überhaupt noch irgendetwas tun zu können. Und das ist sehr wichtig, dass wir da wachsam sind. Ja, zu dem Souveränitätsdennern möchte ich nur sagen, ich glaube auch, dass die Menschen erinnert worden sind im eigentlichen Recht. Und deswegen glaube ich, dass es sich schon ermutigen, dass sie eigentlich in derjenigen sind, die dann gestimmen sollten in einer Demokratie. Und an die Frau Christin Beure, ich habe eine ganz einfache Klage, Sie haben sozusagen dazu verappeliert, dass wir einfach die Politikerinnen quasi versuchen sollten oder den Auftrag geben sollten, die richtigen Reitestellungen vorzunehmen. Damit würde ich gerne diese Frage der Erbschaftssteuerung anstellen. Wenn sie etwas getan haben, erfolgreich getan haben, dann können sie damit punkten und es kommen immer mehr Leute. Also ich meine, der Weg der kleinen Schritte und der kleinen Erfolge wird das Zielführer sein. Danke. Ja, danke. Ihre Frage noch an den Wüstern Weber, und zwar die Gemeinwohlbank. Kurz, welche, wie kann ich zur Gemeinwohlbank reden und mit dem Konto und so weiter, meine Freunde, die ich auch überlegen kann. Und dessen Freunde wieder, das ist eine große Frage. Danke. Also das eine ist nochmal die Gender-Frage, die Geschlechter-Frage in Antwort auf Frau Appel und das Thema. Wir haben ja im Rahmen des Club of Vienna zwei Studien abgeschlossen in den letzten Jahren. Das eine zum Thema Maskulismus und Feminismus, das heißt die dritte Stelle des Feminismus und die Antwort der Männer darauf. Da sind sehr interessante Ergebnisse herausgekommen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, Sie kostenlos von der Seite des Club of Vienna dauernd zu loben und dasselbe zur sogenannten Geschlechter-Lohnlücke. Diese Studie hat ein junger Ökonom gemacht, wir haben gar nichts Neues befragt oder erforscht, sondern nur die Zahlen, die es schon gibt, auf ihre Interpretation hin überprüft. Und auch hier kommen sehr interessante Ergebnisse heraus, die den Schluss zulassen, dass die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit schon lange keine Frage der Geschlechter mehr ist, sondern dass sich die ganz anderen Grenzen der Gesellschaft entlang zieht, die mit Männern und Frauen viel weniger zu tun hat, als uns die allgemeine Linie in dieser Richtung Glauben macht. Und ich halte das, das ist das Ergebnis meines anderen Buches, für eine glatte Verschleierung und für ein Aufeinanderheizen der Geschlechter, anstatt dass wir uns an der sozialen Frage orientieren. Das noch dazu. Und zur Frage der Macht und der Erbschaftssteuer, wie wir den Politikern etwas sagen können oder sollen, wenn, wie Christian auch schon gesagt hat, wir stimmen über das Ganze ab, das ist das Problem, dass wir niemand anderen wählen können, weil es keine Parteien gibt, die dezidierterweise in Österreich schon überhaupt eine Systemveränderung überhaupt auf dem Programm haben. Das heißt, wir müssen wieder klopfen gehen, wie mit der Mieterversammlung, wie in Zeiten von starken Veränderungen, wir müssen Systeme finden, klopfen gehen, meine ich, an die Türen der Nachbarn, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, aber auch über die sozialen Medien, die heute ja eine gute Möglichkeit bilden, um hier Kurierungen sichtbar zu machen. Ohne persönlichen Kontakt wird es keine Bewegung geben und deswegen fallen wir auch so schnell wieder in sich zusammen, wie das heute Vormittag schon für Occupy Wall Street angesprochen wurde. Also ein Engagement, das über guten Willen und Theoretisieren hinausgeht, wird uns nicht erspart bleiben, wenn wir wirklich etwas ändern wollen. Ich mache jetzt eine kurze Einschaltung zwischendurch. Wir sind ja eigentlich um 17 Uhr mit der Tagung zu Ende und ich habe jetzt das Signal, dass wir können ein bisschen verlängern, das heißt, es wird nach einer Beantwortungsrunde der Fragen, die da jetzt waren, noch einmal eine Fragerunde in das Publikum geben und dann eine Schlussrunde am Rudi, nur damit Sie auch wissen, was um den Fall ausdrücklich ist. 18 Uhr denn sicher nicht, aber wir haben noch eine Viertelstunde. Ja, vielleicht nur einen Gedanken, weil es tatsächlich so ist, dass aufgrund dieser 40-jährigen Gegenaufklärung, das ist ja der, aufgrund dessen gibt es keine Parteien mehr, die ein Angebot machen für Menschen, die Sozialstaatlichkeit Umwelt konsequent verteidigen wollen, die sowas wie die Grundfesten des europäischen Modells bewahren wollen, weil auch die sozialdemokratischen Parteien schon vor 25 Jahren Schritt für Schritt immer mehr von den konkreten Handlungsanweisungen der neoliberalen Migrationskarte übernommen haben. Jetzt die sozialen Medien, an die glaube ich, als Mittel für die Organisation von Interessen, und das muss heute heißen, Organisation von Widerstand. Ich beschäftige mich relativ viel mit der Frage, warum haben es die Wehrliberalen, als sie sich 1947 zusammensetzten, geschafft, über 50 Jahre die Köpfe der Eliten zu erobern. Und ein Punkt war ganz wichtig, dass Hayek von Anbeginn an gewusst hat, dass wirtschaftswissenschaftliche Theorien bilden und propagieren Teil eines Krieges ist. Er hat, der Hayek ist ein grandioser Fehlterbeleysen und wie er das gemacht hat, auf das gehe ich im Detail nicht ein. Aber der Grundgedanke, dass man leider in einem Battle of Ideas ist und dass zum Beispiel die Journalisten, wie der Hayek immer abfällig gesagt hat, die Second Hand Dealers of Ideas sind, das heißt, wir sind die großen Denker, Hayek und Co., wir gründen Thinktanks, die Thinktanks machen dann den Nachschub mit Argumenten an Journalisten, Schwulen und so weiter. Nach diesem wunderbaren vorgetragenen Angriff unter Anführungszeichen sind wir jetzt in einer Defensivposition, aber wenn ich das Kriegsbild sozusagen übernehme, sage ich, jetzt gilt es, Verteidigungslinien aufzubauen. Und die können eben nicht mehr angesiedelt werden bei Parteien. Das macht die Sache so wahnsinnig schwierig. Aber es gibt in allen großen Parteien, ÖVP, CSU, CDU, SPD, es gibt innerhalb dieser Parteien absolut noch Anhänger des Sozialstaates. Es gibt viele NGOs, die das tun, das heißt, es müssen sozusagen neue, wie soll ich sagen, Allianzen gebildet werden und dafür auch, dass institutionelle Substrat geschaffen werden, wenn man auch nicht so viel Geld hat. Aber wenn es nur auch einen Thinktank gäbe, der quer über diese traditionellen Lager auf europäischer Ebene Argumente, es ist ein Gegenkonzept, vermitteln würde, etc., dann würde das was helfen. das ist okay. Was wir sind in der Verteidigungsposition? Weißen Sie, das ist wir jetzt. Also, trennt wir es, mein Souverän. Okay? Nein, 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 ganz falsch. Ganz falsch. Souverän ist die Vorstellung, es gibt ein Volk. Wir sind viele Menschen. Und mir habe ich jetzt natürlich gemeint, die Menschen, denen Sozialstaatlichkeit und wenn ein Anliebungsmodell nicht behauptet, dass es sehr viele sind. Lieber Stefan, in meiner Vorstellung gibt es nicht das ein Volk. Also, ich glaube, du siehst mich hier bei Rousseau, weil ich ihn auch mal zitiert habe, aber von Rousseau wird auch gesagt, dass er ein identitärer demokratierer Theoretiker war, das bin ich eben nicht. Und da distanziere ich mich auch von Rousseau. Also, ich glaube, dass das die Wurzel dieser Schein, die ja gar nicht erkennbar ist für das Publikum. Aber, was ich in diesem Zusammenhang schon auch nochmal zurückweisen möchte, es ist nicht zuerst hier eine Weltformel und dann sollen alle anderen das umsetzen, sondern, dass in 20 Jahre politisches Engagement an der basalsten Basis von der kleinsten Gemeinde über die kleinste Strömung genau diese Alte, also exakt das Gleiche, was du sagst, habe ich 20 Jahre gemacht und daraus ist jetzt sozusagen die Gemeinwohlkommunik geflossen, aber die ist ja kein Modell, sondern ich glaube, ich habe es relativ klar gemacht, die ist die Forderung nach einem demokratischen Prozess über die zukünftige Wirtschaftsordnung. Das Gleiche gilt für TTIP. Meine Vorstellung eines sauber demokratischen Prozesses wäre, dass nicht der Europäische Rat der Kommission, die Kommission mit Geheimverhandlungen beauftragt und Parlament und Rat entscheidend, sondern dass das Souverän das Rahmenmandat gibt über alle völkerrechtlichen Verträge, die direkte Vertretung gibt das Mandat, also das Parlament gibt das Mandat. Wenn das Mandat geprüft vom Verfassungsgerichtshof stattgegeben wird, wird transparent und partizipativ verhandelt nach Verfassungsspielregeln und das Endergebnis wird von der Instanz abgestimmt, in der er nahmen überhaupt verhandelt wird. Das ist mein Verständnis von einem sauber demokratischen Prozess. Das hat mit Rousseau und das hat mit, ich weiß nicht, mehr hat nichts zu tun. Ich glaube, der Bann wird gebrochen sein, wenn das erste gallische Dorf existiert. Wenn in der ersten Gemeinde tatsächlich so ein dezentraler Wirtschaftskonvent, Geldkonvent oder anderer Konvent stattgefunden hat und dann kann man sehen, es ist eine Katastrophe, es ist schiefgegangen oder die Menschen sind nicht perfekt, aber sie sind vielleicht sogar etwas weniger imperfekt als ihre Vertretungen. Auch hier gibt es zwei erfreuliche Beispiele. Ich kann schlussendlich nichts anderes ins Treffen führen als Beispiele. In Malz, Malz ist eine Gemeindewollgemeinde, eine der ersten vier italienischen Gemeindewollgemeinden in Südtirol und da gab es vor einem Jahr eine Volksabstimmung, kein Blibisit, sondern ein Referendum von unten, ob es ein Totalverbot von Pestiziden im Gemeindegebiet von Malz geben soll. Und es gab unendlich heftige Konflikte in der Inhab, weil natürlich die einflussreichsten Personen im Dorf waren die größten Bauern. Können Sie sich vorstellen. Und es hat dann eine ganz klare Mehrheit erstens teilgenommen an der Abstimmung und zweitens sich für ein Totalverbot von Pestiziden ausgesprochen. Das ist ein weiterer Erfahrung. In einer der ersten spanischen Gemeindewollgemeinden, da gibt es ungefähr zehn bisher, hat der Gemeinderat gesagt, wir entscheiden das nicht, sondern wir fragen zuerst einmal in einem mühseligen Prozess die Bevölkerung, ob sie das wollen. Dann wurde nach zwei Jahren wurde erst abgestimmt, ob sie sich auf den Weg zur Gemeindewollgemeinde machen wollen. Nach zwei Jahren haben sich 90 Prozent der Bevölkerung an der Abstimmung beteiligt und aber leider nur 89,7 Prozent dann dafür für den Weg zur Gemeindewollgemeinde ausgesprochen. Und die Bank steht derzeit so, dass wir nach fünf Jahren mühseliger Bottom-up-Prozess haben. Also wenn der reiche Onkel aus Amerika die Start-up-Idee aus dem Hub finanziert hätte, dann wäre es wahrscheinlich in sechs Monaten gegangen, aber dadurch, dass das genau der Prozess ist, den du beschrieben hast, Steffi, und den ich liebe, darum finde ich das ein bisschen schade, dass ich in meinem Beständnis genau das lebe, was du sagst, aber dann scheitert es am Begriff souverän. Es war ein offener Aufruf in der österreichischen Zivilgesellschaft, sich zu beteiligen, es haben sofort hunderte Menschen mitgemacht und nach fünf Jahren haben wir die Holdinggenossenschaft gegründet. Am 2. Mai wurde der Kapitalmarkt-Prospekt in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Wir haben mit der Kapitalsammlung begonnen. Im Laufe dieses Jahres wollen wir die sechs Millionen erreichen, die nötig sind, damit wir den offiziellen Antrag auf Vollbanken-Lizenz bei Finanzmarktenaufsicht stellen können. Nach weiteren vier bis maximal sechs Monaten rechnen wir mit der Erteilung der Lizenz. Das wird dann im Frühling 2016 sein und mit ein bisschen Pflück werden wir dann im Sommer 2016 die Bank ihren Pferdchen zu öffnen. Ich muss mich entschuldigen, es ist jetzt doch anders, als ich zuvor gerade dachte. Ich habe jetzt recht, und mir aus ganz recht, dass Sie gerade für den München Schluss machen. Professor Klopper, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich herzlich zunächst bei allen Referenten, die heute hier waren, bedanken. Bei der Diskussion, Sie wollten noch was sagen? Ich wollte die Debatte über den Souverän noch damit planieren, dass mir zur feministischen Perspektive es wichtig wäre, deutlich zu machen, dass wir als abhängige und bedürfige Wesen dennoch ein Souverän sein können, oder sozusagen Souverän in die Gestaltung können. Also wenn man das zusammennehmen würde, das will ich mir gut gefallen. Also ich darf nicht mich, sondern Rupert Rill zitieren, das weibliche Geschlecht hat Souverän immer selektiert. Allerdings sind manche Rassen dadurch ausgestattet. Hören Sie bei Rupert den Namen? Ich möchte mich aber auch bei Rupert bedanken. Erstens sagen wir für diese hochqualifizierte politische Position, die wir gewohnt sind, in Klapp-O-Biener. Der Klapp-O-Biener hat monatliche Vorträge in Karl-Krauss sagen. Beim Café Greenstein finden die Einladungen auf unserer Webseite und ich darf Sie noch auf zwei Referate hinweisen und die Daten wird ja bekannt gegeben, das ist ja 27. Junge, Frau Mag. Schrott zur Frage von Schule und Migration. Ein wesentliches Problem, das bei uns in Lied schon etwas stärker zu Tage trifft, als es allgemein in Europa in Zukunft sein wird. Eine wichtige Frage der Gesellschaft, die sie zu behanden haben wird. Und am 8. 6. Professor B. mit dem Thema Zweiter Volksgeschichte mit Haus und Unterlassungen. Er wollte ganz gerne einen anderen Titel wählen, hat er mir gesagt, aber der ist harmloser. Sie sind herzlich eingeladen, hier mitzumachen und dann darf ich die Jüngeren unter Ihnen die Interesse an den wirklich fundamentalen Erkenntnissen zur Revolutionstheorie aufmerksam machen, der Klabogener veranstaltet euren zum ersten Mal eine Sommerakademie, eine dreidigige Sommerakademie zu diesem Thema, zu der maximal etwa 30 Personen zugelassen werden. Ich darf Sie herzlich einladen, hier beim Klabogener sich schon anzumelden, dafür, wer mitmacht. Es sind insgesamt drei Tage, Freitag, Samstag und Sonntag. Welches Wochenende wir im Juli dazu wählen, muss nur entschieden werden, aber für die Jungen ist es sicher interessant, wenn sie dissertieren oder promovieren oder sonst irgendetwas wissenschaftlich entwickeln wollen und sich hier einige Informationen über die fächerübergreifende systemische Basis und ein systemisches Denken, was wir bei unseren Referenten heute haben, in der Diskussion gesehen haben, holen können. Das wird euer als wir werden sehen, wie sich das erledigt. Ich denke, dass sich den ganzen Tag hier sehr wachsam gezeigt hat. Und auch die Referenten mit ihren Fragen, glaube ich, ist ein Grenzen dessen, was die Diskussion ausgedruckt hat. Die wirken aber auch der Referenten dafür, die Schuldigen, weil wir auch wünschen, wieder erfahren, dass nicht für mich Interesse die Diskussion zu verbringen. Das ist leider immer der Fall. Das spricht aber für das Interesse und die interessanten Themen, die hier aufgeworfen worden sind. Sie können auch mit den draußen wie immer mit den Referenten diskutieren. Hätte man wissen müssen, weiß man. Das nächste Mal kann man das noch besser nützen. Und ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Ich hoffe, dass Sie dieser Raum mit mehr Verlasten im Kopf aus herangekommen sind. Und dann hat die Veranstaltung jetzt geklappt. Vielen Dank auch der Diskussionsreitung, die ist ja ruhig, souveränisch. Das geht nicht. Vielen Dank.